Die Chance der Krise und der Gewinn einer neuen Ursprünglichkeit. Die Chance der Krise. Das klingt vielversprechend, aber vielleicht auch ein bisschen schön färberisch. Wir haben im Lauf unseres Lebens ja sehr viele Herausforderungen zu meistern. Und gerade in der ersten Lebenshälfte sind es Herausforderungen, auf die wir uns freuen. Raus aus der Schule, das ist eine Herausforderung. Aber nehmen wir doch gerne an. Das erste Auto, die erste eigene Wohnung, die tragende Beziehung, auf die wir uns Jahre gefreut haben. Alles Herausforderungen. Aber wir freuen uns darauf. Und wir haben alle Hoffnung, ein bisschen Illusionen, auf jeden Fall sehr viel Kraft, solche Herausforderungen zu meistern. Warum? Es sind Herausforderungen, von denen wir einen Gewinn an Leben erwarten. Herausforderungen, bei denen wir die Hoffnung haben, hier gibt es mehr an tragender Beziehung. Hier gibt es Persönlichkeitsentfaltung und Lebensperspektive. Wie gerne ziehen wir aus dem Elternhaus raus, wenn wir die Hoffnung haben, jetzt wird alles besser. Freiheit, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung. So war es wenigstens bei den Älteren von uns noch. Manchmal hat man den Eindruck, dass heute die Anhänglichkeit schon zweckpragmatisch so groß ist, dass die Herausforderung der Selbstständigkeit für manchen jungen Menschen schon zu groß ist. Er bleibt ganz gerne im Komfort der häuslichen Federn gebettet. Aber normalerweise freuen wir uns auf Herausforderungen, die uns mehr Leben, mehr Dynamik, mehr Beziehung, mehr Kraft versprechen. Von Krise reden wir, wenn eine solche Herausforderung uns nun mit Grenzen, mit Ängsten, mit Anfechtungen und Gefahren verbindet. Da, wo wir nicht Gewinn, sondern Verlust fürchten, da ist eine Krise lebensmindernd und wir erleben sie kritisch. Wenn wir vielleicht sogar eine Beziehung plötzlich gefährdet sehen, eine Beziehung verlieren, die für uns tragend ist, wir verlieren unsere Eltern, wir verlieren unser Kind, wir sind unglücklich verliebt, eine Beziehung zerbricht. Ein Mensch wird krank und uns genommen, weit vor der Zeit. Da kommen wir in eine erschütternde Krise des Verlustes. Das, was uns besonders erschüttert, ist, wenn mehrere Krisen zusammenkommen. Also zum Beispiel die Krise des Verlustes eines geliebten Menschen zusammenkommt mit der Erfahrung von Vergänglichkeit und Sterben. Wenn ich einen geliebten Menschen durch plötzlichen Tod, durch frühe Krankheit verliere, da sind wir doppelt erschüttert, denn die Erfahrung von Vergänglichkeit betrifft uns ja schon an sich. Bei der Beerdigung haben sehr viele Tränen in den Augen, die den Menschen, denen wir verabschieden, gar nicht so nahe gestanden haben. Warum eigentlich? Nun, weil wir daran erinnert werden, dass wir selbst vergänglich sind, dass unser Leben nicht endlos weitergeht, sondern dass die zeitliche Kurve nach unten geht. Wenn aber ein geliebter Mensch mir stirbt, dann habe ich beide Erschütterungen zugleich zu meistern. Und diese Herausforderung kann uns krank machen und führt uns in Niedergeschlagenheit und Angst. Verlust von Beziehung und Erfahrung von Vergänglichkeit. Als wäre das für unsere Einheit heute nicht schon längst genug, gibt es noch eine dritte Krise. Verlust, Vergänglichkeit und Versagen. Wie muss es für die ersten Jünger Jesu gewesen sein, als sie ihre erste Passion Jesu erlebt haben? Sie nahmen Abschied von einem Menschen, der ihnen alles bedeutete, alle Zukunft, alle Hoffnung, alle Beziehung. Mit ihm konnten sie alle Herausforderungen meistern. Ihre Persönlichkeit wurde gefestigt, dass einer sogar der Fels hieß. So gefestigt wurde er durch seine Berufung, nämlich der Petrus. Und dann plötzlich Vergänglichkeit und Verlust. Sie haben den Herrn gebunden, bespuckt, gefoltert und ans Kreuz genagelt. Versagen? Ja. Die Männer haben diesen Jesus, dem sie Treue geschworen haben. Tragende, wechselseitige Beziehung zu leben, haben sie ihm geschworen. Alle mögen dich verlassen. Ich nicht. Ich halte zu dir. Selbst wenn es an mein Leben geht, hat Petrus geschworen. Und dann wurde er von irgendeiner fremden Magd angesprochen und er verflucht sich selber und verleugnet die ihn tragende Beziehung. Das Herz dieser Männer, das war schwer und dunkel. Zum Zerbrechen. Wie ein kleiner Junge musste Petrus heulen, als Jesus während der Verhandlung ihn anschaute. Wie kann man eine solche Krise aushalten? Wie soll man gestärkt werden und gefestigt in der Persönlichkeit, wenn alles erschüttert wird? Versagen, Verlust, Vergänglichkeit, wenn alles zusammenkommt. Und so sehr wir jetzt eigentlich den Petrus schon bemitleiden wollen, möchte ich eure Aufmerksamkeit auf eine andere Person lenken. Maria von Magdala. Ja, gewiss, die Frauen hatten keinen Grund, Schuld zu empfinden. Sie hatten keinen Grund, objektiv Versagen zu empfinden. Aber das ist das Seltsame. Dass da, wo wir hilflos sind und uns als hilflos erfahren, da, wo wir andere leiden sehen und sie loslassen müssen und können nicht helfen, empfinden wir selber Schuld. Und, wenn jeder Außenstehende sagt, du kannst doch nichts dafür, dass dein Kind gestorben ist. Du kannst nichts dafür, dass es unter das Auto gekommen ist. Zermater dir doch nicht dein Gehirn. Hätte ich es doch zurückgehalten, hätten wir dies oder jenes getan, wäre es nicht passiert. So reagieren wir als Menschen. Warum? Gerade Maria von Magdala. Es heißt, dass Jesus ihr begegnet war und die Beziehung, die er ihr schenkte, die Zuwendung, die Wertschätzung, die Aufmerksamkeit und Anerkennung, hat ihr ganzes Leben verändert, hat ihre Persönlichkeit in einer unglaublichen Weise gefestigt. Sie war nicht nur ein bisschen traurig. Sie hatte nicht nur dieses oder jenes Problem, bevor sie Jesus traf. Ihr Leben war gebunden. Sie war gefesselt. Sie war gebremst. Es heißt, sieben Dämonen beherrschten ihr Leben. Uns würde es schon genügen, wenn jemand sagt, ich bin belastet von Problemen. Meine Vergangenheit liegt mir auf dem Herzen. Aber sie war fremdbestimmt. Sie war nicht frei in ihrer Persönlichkeit. Sie konnte ihr Leben nicht meistern. Sie wurde nicht gemeistert. Sie wurde geknechtet. Und in der Beziehung zu Jesus konnte sie erfahren, dass sie heil wurde. Erlöst von allen Lasten, was keiner ihrer Umgebung für möglich hielt, was sie selbst schon lange nicht mehr zu hoffen wagte, durfte sie erleben. Die Beziehung machte sie frei. Ihr Herr hat sie erlöst. Was muss es für Maria bedeutet haben, als sie sah, dass dieser geliebte Herr, der für sie nicht etwas war, sondern alles, nicht jemand, sondern der eine, vor ihren Augen gebunden, gefoltert und gekreuzigt wurde. Gewiss, auch die Männer waren erschüttert. Bei ihnen kam ja noch der Aspekt der Schuld dazu, ihr schlechtes Gewissen. Und dennoch haben wir gehört, Johannes 20, 1, folgende, dass die Männer, als sie hörten, dass das Grab geöffnet ist, auch zum Grab gingen und nachschauten. Und die Frauen unter uns haben sich wahrscheinlich eben gefragt, was ist das denn wieder für ein typisch männliches Verhalten? Was machen Männer, wenn sie in die Krise kommen? Nun, Übersprungshandlungen und Flucht. Die liefen. Und wenn Männer in der Krise sind, was machen sie? Konkurrenz ist alles. Die beiden Männer, Johannes und Petrus, laufen um die Wette zum Grab hin. Als wäre ich eine Frau, ich hätte geschmunzelt. Ich weiß nicht, ob ihr auch geschmunzelt habt als Frauen, als ihr Johannes 20, 1, folgende das erste Mal hörte. Es gibt eine tiefere Bedeutung für die Gemeinde des Johannesevangeliums, warum ihr Lieblingsjünger der Erste war, der ans Grab kam. Aber wir wollen uns ja jetzt auf Maria konzentrieren. Von den Männern heißt es, sie schauten hinein und gingen wieder heim. War das eine Möglichkeit für Maria, wieder nach Hause zu gehen? Einfach zu sagen, ja, das ist jetzt eine heftige Krise. Erst Vergänglichkeit, dann noch Verlust. Und jetzt kann ich mir nicht erklären, was mit dem Grab ist. Nein. Maria stand draußen vor dem Grab und weint. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? So was darf nicht passieren. Wenn wir in einer Krise all unsere Kraft brauchen, um unser Gesicht so halbwegs zu beherrschen, wenn wir alle Kraft zusammennehmen müssen, um die Maske zu erhalten, und dann kommt einer und guckt uns so voll in die Augen und macht einen auch verständnisvoll, mein lieber Mann, dann geht es mit uns durch. Dann können wir nicht mehr als weinen, wenn jemand unseren Punkt trifft. Und es bricht aus ihr heraus, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Was für eine Aussage. Einst hatte ich einen Mittelpunkt in meinem Leben. Einst hatte ich eine Beziehung, die mein ganzes Leben ausmachte. Einst hatte ich Zukunft. Gestern gab es ein Morgen. Wie erlöst war ich. Wie wunderschön war es, in dieser Gemeinschaft mit ihm zu leben. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Wie viele von uns sind plötzlich mitten in dieser Erzählung. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Da hat einer Theologie studiert, in der Hoffnung nun für Christus noch mehr sich einsetzen zu können. Und sie haben ihn den Herrn weggenommen. Da hat sich einer ins Leben gestürzt, in eine Beziehung gestürzt und es ist gescheitert. Und plötzlich kann er nicht mehr glauben. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Da macht jemand enttäuschende Erfahrungen in seiner Gemeinde oder Kirche. Und plötzlich zerbricht es wie eine Glasschale. Und die Unschuld und die Ursprünglichkeit und das, was den Kinderglauben so bergend machte, zerbricht. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Und für Maria war das Schlimmste, dass sie noch nicht einmal eine heile Erinnerung mehr behalten hatte. Denn sie haben das Grab ihres Herrn zusätzlich noch offensichtlich geschändet, so muss sie es ja denken. Und haben den Leichnam weggenommen. Wir kennen das, dass Menschen, die einen geliebten Menschen irgendwo auf der Straße in einem Unfall verlieren, dort noch jahrelang Pflanzen anbringen und die versorgen und ein Kreuz hinstellen. Das war der letzte Ort der Erinnerung. Das letzte, was man an Leben von ihm als Spur hatte. Man weiß, es ist nur das Grab. Man weiß, es ist nur das Gedenken. Aber wer keine Zukunft hat, hat ja nur noch die Zukunft der Vergangenheit. Was bleibt ihm denn, als sich zurückzusehnen an den Punkt, an dem er noch Hoffnung hatte? Sie weiß nicht, wo sie ihren Herrn finden soll. Das ist Krise. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen. Und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Das ist eine Situation. Maria ist ganz mit ihrer Krise beschäftigt. Sie ist völlig in ihrer Trauer verfangen. Sie ist mit ihrem Weinen und Verlust beschäftigt. Und während sie ganz in ihrer Wirklichkeit ist, gab es in Wahrheit den Anbruch einer neuen Realität. Nicht für ihre Wahrnehmung. Nicht für ihre Tränen. Aber in Wahrheit war Jesus gar nicht verloren gegangen. Sondern der Vater hatte ihn gefunden und zu sich genommen. In Wahrheit war das Grab gar nicht geraubt worden. Sondern Gott, der Vater, hat seinen Sohn in die tragende Gottesbeziehung zu sich gerufen. Was war anders zu eben gerade? Die Wirklichkeit der Krise und die Realität der Hoffnung stehen unmittelbar nebeneinander. Und Maria kann es nicht fassen. Es heißt sogar, sie sieht Jesus eben durch ihre Tränen hindurch im Augenwinkel dort stehen. Realität. Das Leben beginnt. Die Beziehung, die ihr Leben trägt, ist lebendig. Aber sie nimmt es nicht wahr. Haben wir uns je überlegt, wie begründet die Frage Jesu ist, wen suchst du? Das sagt ja der Auferstande, der vor ihr steht. Eine zugespitzte Situation. Wen suche ich in Zweifel? Wen suche ich in der Krise? Wen suche ich in der Anfechtung? Nun, es ist klar, wen Maria sucht. Sie sucht den irdischen Jesus. Sie sucht den Jesus ihres Kinderglaubens. Sie sucht den Jesus ihrer Vergangenheit, der ungebrochenen Erfahrung von Leben. Sie sucht aber nicht den Jesus, der Jesus selber sein will und ist. Das ist eine Erfahrung, die wir gelegentlich machen. Dass wir in Wahrheit gar nicht die Person meinen, sondern das Bild von einer Person. Dass wir in unseren Ehen gar nicht morgens beim Frühstück fragen, wer bist du eigentlich? Sondern hoffen, dass der andere so bleibt, wie ich gerne hätte, dass er wäre. Und wie ich mein Bild von ihm fixiert habe. Mein Bild von ihm ist wichtiger als seine Persönlichkeit und seine wahren eigenen Interessen. Und es zeigt sich, dass ich vor der Krise so reif noch gar nicht war in meiner Beziehung. Dass Kinderglaube sehr wohl Geborgenheit vermittelt. Aber zugleich auch ein noch ungebrochener und damit ein unreflektierter und damit noch nicht gereifter Glaube ist. Warum glaube ich eigentlich an Gott? Warum glaube ich an Jesus? Und es sprudelt aus uns heraus, weil es mir besser geht. Weil ich Vorteile davon habe. Weil er mich gerettet hat. Wenn ich von sieben Dämonen dann von all den Problemen, die wir eben mitgebracht haben. Haben wir je Jesus um seiner selbst willen gesucht? Haben wir je gefragt, was denn seine Probleme sind? Haben wir je im Gebet gefragt, was er jetzt gerne reden und hören würde? Haben wir überhaupt schon Beziehung gelebt? Oder war Jesus nur der, der uns leichter, naiver, erfüllter, heiler leben ließ? Wen suchst du? Und sie verwechselt ihn mit dem Gärtner, denn das Grab war im Garten und wer sollte es sonst sein? Und sie spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Ich sehe hier Maria vor mir und ich sehe Dutzende E-Mails und Briefe vor mir. Von verzweifelten Menschen, die aus Liebe zu ihrem Herrn, die aus Erinnerung an die Anfänge ihres Lebens, Anfänge ihrer Hoffnung, Anfänge ihres Glaubens, zurückwollen in das Damals, retten wollen, was man retten kann und so ernsthaft sich bemühen, für ihren Herrn da zu sein. Sag mir, wo du ihn hingelegt hast, sagt sie dem lebendigen Herrn ins Gesicht und erkennt ihn nicht. Ich will ihn holen. Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Türklingel, das ganz stürmisch war und ich konnte es erst gar nicht einordnen. Und dann kam heraus, dass mein Nachbar kollabiert war und ich sollte ihn mit der Gattin reintragen ins Haus. Da ich keinen Pflegeberuf gelernt habe, passiert mir das nicht jeden Tag. Und ich war überrascht, wie schwer es ist, zu zweit für einen gestandenen Mann, für den ich mich hielt, einen Menschen, der nicht mithilft wie bei einem Jungschauspiel, hineinzutragen in ein Haus. Maria aber wollte alleine den gestorbenen Jesus durch den Garten tragen. Was für ein Bild! Da schleppt sich eine Frau tränenüberströmt, zusammenbrechend mit einem Toten auf dem Arm durch den Garten. Das ist meine Erfahrung als Seelsorger. Menschen, die sich übernehmen. Christen, die sich überfordern. Die meinen, sie seien berufen, den Toten Jesus lebendig in der Welt zu verkündigen. Den gekreuzigten Jesus, der die Schulden der Welt getragen hat, nun in Fortsetzung seiner Aufgabe auf dieser Welt als Abwesenden zu vertreten. Wir müssen Reich Gottes bauen. Wir sind Hand und Fuß Jesu. Ohne uns geht es nicht. Wenn Glaube krank macht, dann liegt es oft daran, dass es nicht der Glaube an den Auferstandenen ist. Nicht an den realen Sohn Gottes, der da ist und selbst gegenwärtig ist. Sondern der wohlgemeinte, aber verzweifelte Glaube, Gott hätte uns mit Geboten und Gesetzen alleine gelassen. Wir müssten in seiner Abwesenheit nun stellvertretend für ihn die Welt retten. Versuch es erst gar nicht, die Welt zu retten. Mit 17 willst du doch die Welt retten. Mit 27 konzentrierst du dich schon auf Deutschland oder eben auf England. Mit 37 bist du schon froh, wenn du deine Gemeinde so ein bisschen eingrenzen kannst. Mit 47 bist du schon entlastet, wenn deine Familie halbwegs auf dem Gang bleibt. Und mit 57 sagst du, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich selber auf der Spur bleibe. Wenn ich mich selber gerettet in den Himmel bringe, dann habe ich schon viel in meinem Leben geschafft. Wie viele Illusionen machen wir uns über das, was wir können, sollen und müssen. Das macht uns krank. Nein, Loslassen meines Kinderglaubens bedeutet um Himmels Willen nicht, werde erwachsen, rette die Welt. Es ist eine kindische Illusion, wenn ich die Welt retten will. Wenn ich meine, ich könnte in dieser Welt alles für Christus tun. Du kannst dich einen einzigen Menschen bekehren, versuch es erst gar nicht. Das kann nur Gott selber. Er kann es durch dich. Aber nur der Auferstandene kann es und nicht du. Während ich hier viele Wörter brauche, weil ich ja nicht der Auferstandene, sondern nur ein kleiner Zeuge von ihm bin, braucht Jesus nur ein Wort. Er erklärt nicht, er rügt nicht, er kritisiert nicht. Er schaut sie zärtlich an und sagt, Maria, Maria. Nehmt diese Erzählung in Johannes 20 und lest sie zu Hause in aller Ruhe durch und setzt euren eigenen Namen ein. Es wird euch wie Schuppen von den Augen fallen. Maria, wir haben nicht eine Krise oder viele. Wir müssen nicht meisterhaft werden und stärker werden. Das ist nicht unser Problem. Wir müssen nicht unsere Persönlichkeit entfalten, als wäre das alles. Ja, natürlich müssen wir auch das. Was wir brauchen, ist die Beziehung unseres Lebens. Die tragende Beziehung. Die Beziehung, in der wir heil sind und uns entfalten können. Und Jesus braucht nur ein Wort, nämlich ihren Namen, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch. Rabboni, das heißt Meister. Eben noch verzweifelt. Eben noch zerbrochen. Eben noch am Ende aller Hoffnung. Und plötzlich, durch die tragende, entscheidende Beziehung ihres Lebens, durch die Begegnung mit ihrer Liebe in Person, mit dem Leben in Person, alle Hoffnung der Welt, spricht Jesus zu ihr, Achtung, halte mich nicht fest. Ich weiß. Ihr kennt Übersetzungen, da heißt es, rühre mich nicht an. Ich will den Professor nicht raushängen, wenn es nicht um das Evangelium notwendig ist. Aber das Griechische sagt nicht, rühre mich nicht an. Maria hat ihn angerührt. Matthäus 28, 9. Die Parallele macht es deutlich. Nein, sie kann ihn nicht festhalten. Sie war nämlich auf ihre Füße gefallen, hatte seine Füße umfasst und hatte ihn küssend und betend verehrt als ihren Herrn. Halte mich nicht fest. Schade, sagen wir. Jetzt hat Maria die Begegnung ihres Lebens, die Hoffnung ist da, es gibt eine neue Ursprünglichkeit, die Krise scheint überwunden, jetzt muss ich schon wieder loslassen. Wie die Emma aus Jünger. Kaum haben sie ihn erkannt, da verschwand er vor ihren Augen. Das ist ein erwachsener Glaube. Ein erwachsener Glaube kann loslassen, ohne zu verlieren. Ein erwachsener Glaube kann Gefühle genießen und kann auch weiter glauben, wenn die Gefühle schwinden. Ein erwachsener Glaube macht Erfahrungen mit der Macht Gottes. Und er kann auch mit der Erfahrung der Ohnmacht umgehen. Das ist die Ursprünglichkeit des Auferstehungsglaubens. Hoffnung jenseits der Krise. Ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Das tut er während des Tages, um abends zurückzukommen und auch den Männern zu begegnen und ihnen den Heiligen Geist zu geben. Ich habe den Herrn gesehen. Das ist die Botschaft, die Maria hat, als sie nach Hause kam zu den anderen. Sie hat losgelassen ihre Gefühle und Erfahrungen. Sie konnte plötzlich mit Versagen umgehen, mit Vergänglichkeit umgehen, mit Verlust umgehen. Denn sie hatte das eine. Sie hatte ihre Mitte in Christus selbst. Habe ich meine Mitte in ihm? Rabbuni, mein Herr, mein Meister, meine Beziehung, mein Leben. Dankeschön.